Gönn mir jetzt hier noch fix meine Schoko Krispies, die ich selbstverständlich vorher auch ein wenig hab einweichen lassen, Freunde. Denn das ist die einzig wahre, richtige Antwort und Art und Weise, wie man solche Schoko Krispies essen kann. Alles andere ist barbarisch. Statement. Hinten Jan, hinten. Ja, ich will hier weg. Habt einen noch? Es ist nur noch einer. Ja, muss hier irgendwo bei mir. Ja, finde ich, hol den bitte. Sei cool, sei cool. Jawohl, ich sehe mich auf. Hilf mir, Senpai. Easy, lad. So, wir landen. Wir sind jetzt gelandet. Stehe ich schon? Ne. Du stehst schon, doch. Jetzt musst du einfach nur geradeaus laufen. Irgendwo eine Kiste? Du bist an der Wand, du musst springen. Okay. Ist das irgendwo eine Kiste? Laufen. Laufen. Nein, ist das nicht. Laufen. Ich finde schön, wie du den in die Hand nimmst. Zurück. 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 Jetzt. Jetzt. Nein, zu weit. Stückchen vor. Stopp. Viereck. Viereck. Rückgeheck. Zurück ich. Nein, drückst du nicht. Du läufst weiter. Kommt zurück. Zurück. Geradeaus. Laufen. Zu weit. Stückchen lässt nach rechts. Nicht nach hinten, nach rechts. Da, wo die Hand links ist. Ja, mach ich doch. Ne, machst du nicht. Du stehst auf dem Punkt. So. Jetzt läufst du einfach nach links. Einfach den Stick nach links drücken. Okay. Weiter. Ja, jetzt ein Stückchen nach vorne. Ja, und jetzt Viereck. Ah. Jawohl, er hat die Tür geöffnet. Vor mir. So, du ein scheitziger Mann. Hab zwei down. Ah, tausend, hier, tausend, hier, tausend. Kommt, die sind beide down. Kommt von hinten, kommt von hinten. Der hat nicht mehr viel. Jawohl. Und einen down, einer weg. Alle weg. Alle weg. Komm rein hier. Ich hab einen. Wir haben ihn ausgeschaltet. Wir haben ihn ausgeschaltet. Wir haben ihn ausgeschaltet. Wir haben ihn ausgeschaltet. Kontakt. Hab ihn. Tschüss, Digga. Das war der letzte von ihnen. Wir haben ihn ausgeschaltet. Ja. Wir haben ihn ausgeschaltet. ich stehe nicht der kill das war der komplette squad niemand wurde verschont du hast nichts für die gerade irgendwas zum heilen oh nee warte warte finde ich jetzt gerade gar nicht gut für die ich hab die hirn da ja bleib mal safe ich komme in vier sekunden nicht bei dir ich hab alle obendrauf nein habe ich nein 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 weiter habe ihn nein habe ich fast beide oder eines absolut ich bin mir nicht sicher ob ich glaube bei mir ich habe ich bin ich auf ihm wenn du jetzt stürzt da wäre ich auch fast das hat mich ganz schön gegeben eine ist fast low hier drüben 3 0 ring ist in der nähe oh gott verpiss mich wurde gesichtet fast low habe ein lohn habe ein lohn ist tot da waren beide hier waren beide hier ich bin mir unsicher ich glaube im haus ja im haus im haus im haus im haus im haus auf 100 gehst einer noch andere über mir gerade noch lina schild muss nachladen ja digga jawoll junge apropos mit brötchen mit oder ohne butter auch ne wichtige frage ja heit euch mit alter definitiv mit gürkchen aber mit oder ohne butter das ist hier die frage alter lachs roffelino was digga ich bin gleich völlig völlig diffus also dass du hier unten landest dafür kann ich ja nun mal überhaupt nichts ich haffe dich ja natürlich kriegst du die natürlich probierst du zumindest mich habe ich meine karte vielleicht holen warte mal hier sind noch welche hohe einfach nur kurz meine karte alter ich bin so low und hast wenig ap jetzt hole mich wieder leute ja wie viel muni Philipp komm hoch schnell, hier komm 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 Löt, komm, let's go, let's go, let's go Uh, das war fertig Ja dieser kommt hier Hat keinen Spiel mehr Hab ihn Mann Oh schön, Shield break Schön Warte, ulti Ja, nice Ah, die müsste gut kommen Warte, lass schon mal in die Zone gehen, lass die Zone gehen Ja, hab einen gehittet, hab einen gehittet Beste Drei Drei Das ist doch, 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 doch! Ja! Bam, digger! GG! Wooh!